Hallo, ich bin der Hubert, auch genannt der Huppemann. Und ich, der Marcel, der Sohn von Huppemann. Und ich bin Hans-Peter, der Neffe von Hubert. Ich, die Tochter Romina. Ich bin die Claudia und ich bin die Frau von Huppemann. Ich bin Hubert's Nächte Vanessa. Gemeinsam sind wir die Markmanns. Eine Schausteller-Familie aus Überzeugung. Ein Leben ohne Volksfest für die Markmanns undenkbar. Morgens um 8 Uhr auf dem Rummelplatz. Hinter den Markmanns liegt die lange Nacht des Kirmesaufbaus. Doch ans Ausschlafen ist nicht zu denken. Denn heute gibt es noch eine Menge zu tun. Familienoberhaupt Hubert empfängt uns sichtlich angeschlagen. Guten Morgen. Ist ja mal am Start. Wunderbar. Bei uns gibt's gleich Frühstück. Komm mal rein, ja? Ab ins mobile Zuhause der Markmanns. Wohnen, essen, schlafen auf begrenztem Raum. Für die Markmanns kein Problem. Freizeit und Schlaf sind eh nur sehr knapp bemessen. Echt ätzend. Echt anstrengend. Halb vier waren es heute Morgen. Jetzt geht's los. Ich Brötchen holen. Dann trinken wir Kaffee und dann geht's wieder. Das gemeinsame Frühstück ist einer der wenigen Augenblicke, wo fast alle Familienmitglieder zusammensitzen. Viel Zeit bleibt aber nicht. Dann geht's los an die Arbeit. Hubert's Sohn Marcel ist die rechte Hand des Vaters. Gemeinsam kontrollieren die beiden ihr Fahrgeschäft Octopussy. Du das aber erst zurücksetzen, wenn der wieder eingebaut ist. Wirst du mit dem Spiel, damit der nicht beim Abbauen zu weit rausgeht. Die Sicherheit des Karussells ist das A und O. Marcel hat ein wachsames Auge auf alle Arbeiten. Wollen wir gerade einmal nachgucken? Genau. Guck mal hier. Die sind ganz runter. Siehst du? Ja. Mach alle vier. Mach alle vier. Alle vier neu. Schon als Kind hab ich immer als Kind mit Lego gespielt und hab dann natürlich Fahrgeschäfte, Schaukel, kleine Geschäfte nachgebaut oder Zugmaschinen gebaut. Dann wusste man schon, oh, das ist doch mein Ding, Schausteller. Das will ich gern werden. Nur noch drei Stunden bis zur Eröffnung des Rummels. Marcel und sein Cousin Hans-Peter bringen noch das Kassenhäuschen auf die richtige Position. Teamarbeit ist dabei unerlässlich. Kein Job, den man einfach mal nebenbei erledigen kann. Man muss mit seinem Herz dabei sein. Man muss wirklich mit vollem Einsatz beim Betrieb sein, dass man jetzt sagt, ich mach das mal. Solari, Fari, das geht nicht. Man muss wirklich mit Herz dabei sein und das auch wollen alles. Mit Herzblut dabei ist wie immer auch Hubert. Der ist erst dann zufrieden, wenn alles reibungslos läuft und die Kirmesbesucher sich auf seinen Fahrgeschäften wohlfühlen. Hubert, ein Vollblutschausteller eben, für den kein anderer Beruf je in Frage kommen würde. Mein Vater war Schausteller, mein Ururgroßvater. Wir sind in der siebten Generation, bin ich in diesem Gewerbe tätig, stolz. Hubert liebt seinen Beruf, seine Familie und seine Angestellten. Der Chef des Familienunternehmens muss die Zügel immer fest in der Hand halten. Ein Strenger Chef muss sein, muss Zuckerbrot und Peitsche. Also du musst klare Ansagen, geschlossene Ansagen, dass das auch ausgeführt wird, damit das am Ende auch perfekt ist. Und der Volksfestbesucher von heute, meiner Meinung nach, verlangt ein perfektes Volksfest. Und dazu gehört auch die perfekte Volksfesteröffnung. Die startet mit einem Umzug und historischen Zugmaschinen der Schausteller über den Kirmesplatz beim Bonner Pützjensmarkt. Hubert's ganz besonderer Stolz? Seine Oldtimer-Zugmaschine, natürlich Scheckheft gepflegt. Wir sind jetzt ein bisschen knapp in der Zeit wieder, wie jedes Jahr zur Zugaufstellung. Mit sicherem Abstand zum Vorbereitungsstress kümmert sich Hubert's Frau Claudia um die Mahlzeiten für die Familie und die Angestellten. Heute gibt's Fisch, Bordelais, Kartoffeln und Gurkensalat. Feste Essenszeiten bei den Markmanns-Fehlanzeige. Doch Claudia sieht das nicht so eng. Sie ist es gewohnt, warten zu müssen und hat die Ruhe weg. Ich bin eine Privatfrau, wie man im Schaustellerleben sagt. Ich hab reingeheiratet, also das andere Leben kenn ich nicht so. Der Geruch von Claudias Hausmannskost lockt Hubert endlich an den Mittagstisch. Er hat seine Frau kennengelernt, als er vor Jahrzehnten noch Schiffsschaukelbremser war und sie damals Fahrgast. Sie hatte eine besondere Ausstrahlung, die mich sehr angesprochen hat. Folge dessen hab ich sie dann etwas höher angeschubst, wie halt der normale Fahrgast. Das hat ihr am Anfang gar nicht imponiert. Und ich hab mich extra angestrengt dabei. Aber naja, und dann hab ich sie halt umworben. Der Alltag einer Schaustellerfamilie. Mehr davon in Teil 2. Demnächst hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen.